Aber ja, anscheinend sind hier nur große und im Hafen nur kleine. So meine lieben Freunde, leider konnte ich den Drill nicht mit aufnehmen, weil meine Speicherkarte voll war. Aber hey, hier ist die nächste wunderschöne Flunder. Macht mega Spaß. Weiter geht's Leute. Die nächste im Bunde. Gucken wir uns die mal an. Geiles Teil. Auf jeden Fall Glück mitgehabt. Ihr seht, das ganze Vorfach verdreht und im Maulwinkel gehakt. Glück gehabt. Ja und ich würde sagen, liebe Leute, mit dieser wunderschönen Flunder jetzt nochmal beenden wir das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben.